Ich werde schon mal Köter schmatzen. Ach da vorne, da vorne ist aber schon der Meister und der andere sein Kumpel. Und da vorne leuchtet schon wieder der Emulator. Die lebende Fackel. Oh, Raben. Ich freue mich schon übelst, wenn mal eine neue Map rauskommt. Vielleicht noch ein paar neue Monster oder sowas. Hm. Wie bei anderen Shootern noch Capture the Flag oder sowas machen würden. Ach so, ja. Irgendwie noch so ein paar andere Spielmodi mit einbauen. Ja, zum Beispiel so 4 gegen 4, Capture the Flag oder so ein Kram. Mhm. Und halt anstatt mit einer Flagge wäre das dann das Bounty und man sieht das dann auch immer blitzen und man muss denjenigen verteidigen. So, das wäre mal ein cooler Spielmodus. Ja. Gefängnis? Ja. Ja. Vor allem, das wird doch voll gut zum Spiel passen. Das wäre Capture the Flag in Hand-Schulern-Style. Ja. Ich habe mir gestern Abend dann nochmal so ein Video zum New World angeguckt. Ah, ja. Ja. Es sah so nicht schlecht aus, was mir ein bisschen sauber aufstößt, ist sozusagen, du kannst dort was bauen, also eine komplette Siedlung und sowas und dann glaube, kannst du bis zu 50 Leute in so einem Clan haben oder Horte oder was weiß ich, wie die das dort nennen. Ja. Und die können dich dann überfallen. Die können dann deine Basis übernehmen. Okay. Und können dann halt praktisch, theoretisch könntest du auch dann die ganze Map übernehmen. Okay. Es wird dann aber, dein Clan wird nicht größer. Du bist praktisch immer bloß bei, oh da war ein Raben dahinten. Ja. Bei 50 Leuten und du müsstest die natürlich dann auch verteidigen. was natürlich, je größer die Grenzen oder je weiter die Grenzen auseinander sind, schwerfällt. Wartest du hier auf die, oder? Ja, ich glaube die kommen auch hierher. Ja. Ja, da steppt doch einer. Mhm. Dann lass den ruhig mal da unten zur Tür reinkommen. Ja. Der eine ist jetzt hier vorne und der andere ist bei da hinten. Oh, da läuft dann die Eisentreppe hoch. Ja. Ja. Er kommt von drinnen. Mhm. So. Oh, da fehlt noch einer. Ja. Der war eigentlich Richtung Dings marschiert. Warte, jetzt fackle ich den erstmal ab hier. Ja, mach. Oh. Hab ihn. Sehr gut. Wo war denn der? Der kam auch von da hinten. Ja. Hier. Und die Ecke. Der Sack. Einen Schuss mit der Crown King. Schönes Ding. Haha. Da wächst kein Gras mehr. Nee. So, hab ich ja Medikit irgendwo gesehen. Ja, wahrscheinlich unten. Hier ist keins. Nee. Hier ist keins. Nee. Bei Wulsten haben wir sie ja auch gemacht, wenn du dann später diese Mandate machst. Ja. Dann kannst du die Stadt auch ausbauen. Also dann hast du so eine Map von der Stadt. Und dann kannst du bestimmte Gebäude unterschiedliche Stufen ausbauen. Und diese Gebäude geben dir dann nochmal spezielle Effekte. Ah, okay. Hier unten ist Medikit. Ja, ich hab schon. Danke, ich hab jetzt Dings genommen. Mhm. Na, ich geh mal den Hinweis holen. Ich bin schon da. Du warst auch ziemlich weit weg vom Hinweis. Ah, ich hab grad nochmal geguckt. Ups. Hier. Nee. Hier war auch noch einer. Ach so. Oh. 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 Hier ist seins. Das muss ich bei dem Hinweis nehmen nicht richtig umgucken kann. Das ist auch immer nervig. Na. Lawson Station. Lawson Station. Ja. Ja, Lawson Station. Ja, die sind alle drinnen. Von hier oben kommt man nicht rein, die Tüse zu. Mhm. Achtung, da ist eine Falle und da steppt einer links. Ja. Ich hab keinen. Alter, von wo? Ich hab kein Dynamit mit, Junge. Ja. Hat einen Hit. Kann man die Falle auslösen, indem er drauf schießt? Ja. Oh, ich brenne. Oh, 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 oh. Ja, der ist oben. Ich hab grad unten die Schiebetür aufgemacht und reingeguckt, da war keiner. Mhm. Oh, oben kommen noch welche rein. Oh, fuck, von hier draußen wird der gekillt. Okay, warte. Ich kann ja nicht rum. Hier brennt's. So, jetzt komm ich hinten rum. Achtung, oben sind ein paar. Sind wir welche oben? Einen hab ich gekillt. Ich glaub einer ist noch da oben beim Turm hochgerannt. Okay. Und draußen sind auch noch ein oder zwei. Ja, hast du die Rahmenkarten? Ja. Oh, da hat eine Mosin. Ich platziere grad noch mal ein paar Fallen hier unten. Aber keine Munition. Also hinter uns wurde ein Rahmen getriggert da. Mhm. Warte, unten brennt's. Hier ist Munition. Prosten Munition. Oh, nee, die Tür ist auf, Alter. Matze, Prosten Munition. Da hinten ist eine Kiste. Das ist beim Bounty. Oh, ich hab nen Dynamit wiederbekommen. Warte mal, wenn ich jetzt die Waffe, die Sparks aufnehme und die austausche. So. Ja, kriegst du lange Munition. Genau. Hier ist auch nochmal lange. Oti. Ich bin voll jetzt. Ich hab 15. Hat Oti nämlich letztens im Kommentar geschrieben. Ich dachte, ja, Mensch, verdammt, der hat recht. Ja. Das mach ich auch immer. Aha. Einer sitzt noch da oben. Ich fackel die mal an. Achtung, da kommt was geflogen. Renn weg. Renn, 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 renn. Hast du schon nen Bounty auch genommen? Ja. Aus Versehen. Ich wollt's doch gar nicht aufnehmen. Hm. Scheiße. Ja, ist klar. Ich hab mich doch bewegt, verdammte Kacke. Nochmal. Der ist da drüben auf dem scheiß Blechdach. Ne. Pass auf, da durch den Schlitz hat er mich gekillt. Mhm. Ich wollt den grad killen. Ah, jetzt ist er runtergesprungen. Jetzt kommt er. Oh, da hebt mich schnell auf. Alter, nice. Pass auf, hinter dir, hinter dir. Da ist noch einer. Sehr schön. Stark gemacht. Danke. Aber ich wollt den auch grad durch den Schlitz ein Headshot geben. Dann gibt der mir so nen Scheiß mit seiner Spreefield. Aber du hast ja schön geklärt. Ja, das... Mit der Zeit kriegst du's raus. Du bist dann auch nicht mehr fickrig oder so. Ich mein, klar, schon ein bisschen aufgeregt, aber... Aber nicht mehr so wie früher. Außerdem muss ich meine Mosin mit rausnehmen. So geht das nicht hier. Und die Lematt... So, jetzt nehm ich mal die Bounty auf und guck mal, ne? Ja. Ne, nichts gesehen. Könnte man langsam Richtung Ausgang. Ja. Ah, haben wir doch wieder paar Kills gemacht. Ja, ich weiß gar nicht wie viel. Ich vergesse mal alles. Gleich fahr ich durch beim Boot. Haben wir überhaupt welche erschossen? Wie vorhin... Ey, aber es waren vorhin bloß zwei Kills, hast du's gesehen? Ja. Ich dachte, es waren drei. Aber den einen hast du wahrscheinlich nicht gekillt. Du hast bloß die zwei Typen da drin, wo ein Haufen geschossen. Ja, heute läuft's gut. Aber gestern war's auch gut. Ja, gestern war's richtig gut. Wow, da haben wir ein bisschen die Arschkarte gehabt. Gerade in dem letzten Rand da. Achillisch. Über die Geräusche. Ja. Achillisch. Achillisch.